Mh, lecker! Die Bosner. Ein Wurstbrötchen aus Österreich. Für viele Berliner die Alternative zur Currywurst. Um es kurz zu beschreiben, würde ich sagen, das ist eine Mischung aus Kettwurst, Hotdog und Currywurst. Wurst auf dem Grill, Brot aufschneiden, dann toasten, Senf drauf. Ein bisschen Zwiebeln und dann Ketchup. Würstchen rein und ganz viel Liebe. So einfach das Rezept der Bosner. Ich bevorzuge Bosner, weil es ein typisches österreichisches Produkt oder Gericht ist und weil es das Brot mit drin hat. Einfach zu essen. Würstelpuff heißt er, der österreichische Imbiss und liegt direkt unter der Hochbahn. Hier geht nicht nur Bosner über den Tresen, sondern auch Käsekreiner und Spinatknödel. Nur 30 Meter sind es zu Konopkes Imbiss, Berlins ältestem Currywurststand. Für viele Berliner geht nichts über die traditionelle Currywurst. Das ist für mich auch eine große Kindheitserinnerung. Wir wohnen jetzt in Hamburg und immer wieder nach Berlin kommen wir das erste, was ich mache, zu Konopkes Currywurst essen. Konopkes Currywurst ist Kult. Ganz einfach, es ist die beste von Berlin. Ob Currywurst oder Bosner. An der Eberswalder Straße ist Platz für beide Würste. Denn... Der Bosner ist eine gelungene Alternative dieser Currywurst. Mmh!